So, weiter geht's! Mass Effect 3 mit MidiMidi Folge 118 Citadel DLC Verzögen sie die Deckung indem sie sich verstecken und benutzen sie dann Diese Kippen waren echt Idioten! Okay Ich darf nicht entdeckt werden Zumindest ist es dann sicher für mich Oh shit, kommt der hier hin Hast du den Typen nachgesehen? Ich glaube ich will mit dem hier vorne erst Ich weiß nicht ob das ein sofortiger Kill ist Was? Er hat mich gesehen? Was? Er hat mich gesehen? Das finde ich nicht gut Was? Was? Oh fuck Ja Boah ist das schwer Boah ist das schwer Ich hab... also Dass der mich da gesehen hat ist natürlich sehr sehr doof gewesen Der Stumpf hat versagt Shepard war unbewaffnet Mann, diese Kippen waren echt Idioten Warum kann ich da jetzt nicht? Warum kann ich da jetzt nicht? Es ist Shepard! Shepard ist hier drüben! Hä? Wie denn? Oh shit Ach komm! Die Dinger machen so viel Schaden Da kannst du spielen Ich brauch hier mehr Männer! Ich brauch hier mehr Männer! Kann ich die Drohnen noch nicht auch kaputt machen? Ja Shepard! Shepard! Kannst du mich hören? Alles okay? Alles gut Dir geht's gut Aber ein bisschen Verstärkung wäre schön Du hast mir Angst eingejagt Joker hat erzählt, was passiert ist Ich bin zu Fuß unterwegs, aber nicht weit weg Entschuldigung, aber wer ist das? Sie senden auf einem ungesicherten Kanal und gefährden dadurch Commander Shepard Was? Wer spricht da? Moment Joker hat doch sicher Analystin Brooks erwähnt, oder? Das war sie Kein Streit jetzt, okay? Hä? Okay, ich hätte vielleicht direkt einfach versuchen sollen zu kämpfen Mmmh lecker Hühnerkeule Von I Z Fleisch Wir stellen nichts her, das nach Korgana schmeckt und schon gar nicht Grill Asari Mit Sue Elfers machen wir keine Geschäfte Bitte beschränken Sie sich bei Ihrer Bestellung auf unseren offiziellen Katalog mit freundlichem Gruß Gret Bust Bust Versandleiter I Wettfleisch Inc Das heißt, Ashley will uns treffen Oh shit Was ist da los? Was ist da los? Tät in Stillung Shit Was ist da los? Was ist da los? Tät in Stillung Was ist da los? Fuck Fuck Leara hier, hab's gerade gehört, wir sind alle unterwegs Gut zu hören, die Lage ist ein bisschen heikel Natürlich ist sie das Ah, hier werden Tablets verkauft Ich weiß, dass du am Obst knabberst, wenn ich nicht da bin, lass das Ich meins ernst, wie? Ich habe einen Weg auf die andere Seite gefunden, ist aber abgeriegelt Ja klar, wegen der, äh, Abriegelung, kommen Sie durch? Ich versuche einen Override Feuerwerk wird hier auch verkauft Ich bin nicht mehr einfach an der Kasse Was? Was? Shepard, was zum Teufel? Das habe ich ja bis hierher gehört Alles unter Kontrolle In den Bezirken sind überall Alarme zu hören Was geht da vor? Ich dachte, ich mache es ein bisschen interessanter Wir müssen uns mal zusammensetzen und über Ihre Methoden reden Oh shit Shepard, Brooks hat mir den Navi-Punkt Ich habe einen Weg auf die andere Seite gefunden, ist aber abgeriegelt Ja klar, wegen der, äh, Abriegelung Kommen Sie durch? Ich versuche einen Override Ich weiß noch, dass es auch so sehr, sehr schwer war Ich weiß noch, dass es auch so sehr, sehr schwer war Halt Shepard ist da auf! Feuer frei! Shepard, was zum Teufel? Das habe ich ja bis hierher gehört Alles unter Kontrolle In den Bezirken sind überall Alarme zu hören Was geht da vor? Ich dachte, ich mache es ein bisschen interessanter Wir müssen uns mal zusammen umsetzen und über Ihre Methoden reden Ich zeig deinen Kopf, man Shepard Shepard In den unteren Bezirken werden Verletzte gemeldet Mehr Einzelheiten dazu in Kürze What the fuck? Ah shit Oh verdammt Oh verdammt Oh man ey, das gibt's doch nicht Das ist echt frustrierend Die Stelle Das ist echt frustrierend Die Stelle Mega frustrierend Feuer frei Verdammt Shepard Was zum Teufel? Das habe ich ja bis hierher gehört Alles unter Kontrolle In den Bezirken sind überall Alarme zu hören Was geht da vor? Ich dachte, ich mache es ein bisschen interessanter Wir müssen uns mal zusammensetzen Wir müssen uns mal zusammensetzen und über ihre Methoden reden Scheiße ey, das ist richtig witzend Ich weiß nicht Mir zeigt sich auch nie die Sau Mir zeigt dich Jetzt komm Ich zum früher Wir fahren Tschüs rote linie Hä? Was ist denn da mit der Drohne los? So. Das ist echt schwierig. Es kommen halt immer mehr. Jetzt kommen die fucking Drohnen schon wieder. Boah, ist das schwer. Wieso? So. Was ist denn das hier? Können die mal bitte aufhören? Ja, ich hab den doch locker erwischt. Ja, ne, ist klar! Mann, ich komm halt an den Typen nicht ran. Ah, na toll, keine Munition mehr, ich hab halt gar nichts mehr. Scheiße, ey. Toll. Und wie soll ich das jetzt hier machen? Spiel? Das ist halt echt scheiße Design. Was mach ich denn falsch? Ich hab halt keine Munition mehr. Mann, diese verfickten Drohnen! Mann, das ist echt scheiße gemacht. Also dieser ganze Start ist halt echt... Ich werd einfach durch. Tschüss. Kannst du auch vergessen. Boah, also das ist wirklich ne dumme Stelle. Also das kann nicht sein, dass ich hier keine... Im Hauptspiel kriegst du immer Munition nach und... Ja, klar, wegen der, äh, Abriegelung. Kommen sie durch? Ich versuche einen Override. Das ist halt wirklich anstrengend. Oh. Warte, du hast halt nicht die... Du triffst ja nicht, weil die halt nie aus der Deckung kommen, die Deppen. Feuer frei! Verdammt! Shepard! Was zum Teufel? Das hab ich ja bis hierher gehört. Alles unter Kontrolle. In den Bezirken sind überall Alarme zu hören. Was geht da vor? Ich dachte, ich mach's ein bisschen interessanter. Wir müssen uns mal zusammensetzen und über ihre Methoden reden. Einzelheiten über den angeblichen Terroranschlag bekannt. Shepard! Okay, das ging schon mal besser. Warum kann ich die Munition nicht mitnehmen? Jetzt kann ich sie mitnehmen. Hier gibt es frische Lebensmittel. Die Besten auf der Fläche. Ich hab's ja mal gehört. Ich hab's noch hier. Drei. Er kommt nicht schneller. Aber ich hab's ja mal raus. Oh Mann ey, die Typen sind schon da überall. Boah ey. Ja, nee ist klar. Ja, nee. Nee. Das gibt's nicht. Ich hab keine Munition mehr. Und die Typen sind alle immer noch lebendig. Da wird glaube ich noch die. Ah, von wegen. Alter, ist das schwer. Oh Mann ey, die Sterne machen einfach nicht die Deppen. Die regenerieren sich ständig. Alter. Ey, das ist wirklich ne kotze Gestelle. Das ist zum ersten Mal wirklich. Ich kann mich gar nicht mal dran erinnern, dass es so eine Kacke war. Ich hab einen Weg auf die andere Seite gefunden. Ist aber abgeriegelt. Ja klar. Wegen der, äh, Abriegelung. Kommen Sie durch? Was soll ich denn da machen? Kann mir das mal einer sagen, äh, was ich hier machen soll? Du stirbst am laufenden Band. Da ist einfach hoch. Verdammt. Shepard? Was zum Teufel? Das hab ich ja bis hierher gehört. Warte. Alles unter Kontrolle. In den Bezirken sind überall Alarme zu hören. Was geht da vor? Ich dachte, ich mach's ein bisschen interessanter. Wir müssen uns mal zusammensetzen und über ihre... ...mit Hufen reden. Okay, das war gut. Es gibt's halt nicht mehr. Oh, der Drecksack. Ich kann nicht glauben, dass Shepard an dem Überhang vorbei gekommen ist. Blöde Bitch. Ich hätte wahrscheinlich einfach früher hochgehen sollen, aber es ist trotzdem sehr sehr frustrierend. Diese ganze Stelle. Ich stell' ich mir auch gerade sehr, sehr doof an. Leute, ich glaube, mir ist bewusst... Ähm, mir ist... Was? Nochmal. Ich glaube, mir ist bei was voll Extremen das Kreuzband gerissen. Verliere das Bewusstsein vor Schmerzen. Yay! Geber gibt's da. Gublanski. PS. Okay, Leute. Echt. Mir wird schwarz. Hä? Was hat denn da für ein Problem? Ich schreite nach Aufmerksamkeit. Was? 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 Wie viele kommen denn da? Was? Was ist denn da? Was? Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Was sind die denn von Problemen? Ich bin gerade so ein bisschen launisch. Sorry, dass ihr das erleben müsst. Deshalb würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit hoffentlich einem besseren, gelaunten Eli. Das war jetzt echt frustriert, aber ich habe mich, glaube ich, auch ziemlich doof angestellt. Aber na gut, bis zum nächsten Mal. Tschöö.